Busfahren Jeder kennt das Problem Und es heißt Busfahren im Stehen Über was sollten wir denn sonst so lachen? Über andere Sachen, die wir wann anders machen? Naja, ich steig ein und schau gar nicht erst hin Hier sind mehr als 50 Leute drin Und gerade der Laie in der hintersten Reihe Nimmt drei Plätze als seine Auf seine eigene Art und Weise Naja, Busfahren gilt ja mehr als Relax Time Und auch wenn man manchmal stehen muss Es ist ja auch kein Airbus Was ist denn bloß mit unserer Anna heut los? Es sieht aus, als hätte sie einen Kloß in der Hoos Sonst hatte das 99 Kilo leichte Mädel Einen riesengroßen Faible für ein Grinsen überm Table Naja, deshalb fahren wir rechts etwas tiefer als links Zuletzt aufgrund der vielen Onion Rings Naja, Busfahren ist irgendwie keine Relax Time Und wenn man manchmal stehen muss, dann Denkt man sich, naja, das ist ja auch kein Airbus Aplausos Vielen Dank.